Jetzt ist es wieder einmal Mittwoch und beim Katastrophenwäder gehen wir weg. Aufwärts geht's. Ja und dabei sind wir ja noch den Wind geschützt. Aber angesagt hat er heute so ein Hunderter am Berg. Ein bisschen windig meint er. Schauen wir mal, was es wird. Denn heute habe ich aber keine Vogelzwitscher gehört. Die Vogel hat schon weg gewahrt. Und wir werden es selbst am Hochkeil anlegen, dass es eine Mittwochstour wird. Helle, sag was du sagst. Ja, aber eigentlich ein Mittwochcharakter muss man schon haben. Wenn es doch da so viel Scher ist, he. He. Und beim Wimmerweg. Ah, so viel Scher. Das passt jetzt ganz gut an. Ich habe mindestens einen 50er Rückenwind mehr gehauen. Und nun besser kommt in meine Teil. Dann geht's mit einem Motorradier. Und jetzt. und so ziehen wir unsere Spur Darum kann sie es schon messen ja sakrati wenn es da so viel schön ist hier ist die Partyhütte steht bereit hochkall echt geil sehr geil sehr geil sehr geil sehr geil sehr geil ja der Windschirm da der Windschirm der Windschirm der Windschirm der Windschirm der Windschirm der Windschirm das geht ja Musik 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 Juhu! Jawohl! Komm! Kipp mir! Jawohl!